In Schwarzenberg wird in diesem Jahr die als Viadukt bekannte Eisenbahnüberführung am Kreisverkehr B101 Straße des 18. März durch einen Neubau ersetzt. In der ersten Maiwoche hat der Brückenabriss richtig Fahrt aufgenommen. Nach und nach erfolgt die Demontage der Brückenteile. Per Lastkran werden die Stahlteile zur Erde gelassen, wo schon der Schweißbrenner auf sie wartet, um sie für den Abtransport vorzubereiten. Immer wieder waren Schaulustige vor Ort, die die Arbeiten beobachten bzw. für sich auf Bild festhalten wollten. Die Straße ist im Baustellenbereich derzeit voll gesperrt.